Heute zeige ich euch meine Wohnung. Hier sind wir in meinem Nachdenksaal. Wie ihr sehen könnt, arbeite ich gerade an einem Projekt. Ich entwickelte etwas Neues. Etwas einzigartig, Fantastisches. Das gesunde Essen für die ganze Familie. Und ich nenne es... Na wie? Klar und einfach. Das grüne Wunder. Ich hoffe, der Name gefällt. Damit werde ich allein... Und nur ich. Alle Menschen retten. Jetzt geht. Ich hab Hunger.